Diana, darf ich dich bekannt machen mit einem der amüsantesten Männer in Afrika, Joseph. Nied sie kennenzulernen. Willkommen im Paradies. Sie gehörte von Anfang an zu der Happy Valley-Klicke. Es wird behauptet, sie würden alle möglichen Dinge treiben, besonders während der Regenzeit. Unser Joseph gehört übrigens auch dazu. Haben Sie überhaupt eine Badehose dabei? Ich möchte mit Ihnen schlafen. Und glücklicherweise warst du nicht sonderlich diskret. Zum Teufel, Josh, die ganze verdammte Kolonie redet schon über deine Affäre mit meiner Frau. Ich will dich mehr, als ich je irgendjemand anderen wollte in meinem ziemlich schäbigen Leben. Ich möchte, dass du mich vor mir selbst rettest. Ich hasse dein Licht. Du bist meine Frau. Du wirst dich verdammt nochmal auch so benehmen wie meine Frau. Ist es irgendeinen Hinweis, durch den wir ausschließen können, dass möglicherweise eine Frau die Täterin war? Nein. Es ist eine Hände, die mir leidtut. Dieser abscheuliche Prozess ist härter für Sie als für mich. Sie haben ausgesagt, dass Sie es sehr schmeichelhaft fanden, dass ein Mann sich in Ihre Frau verliebt hat. Ja, das ist es auch. Man hat es immer gern, wenn Dinge, die man besitzt, bewundert werden. Ungefähr so, als würde man ein schönes Bild besitzen. Das ist Afrika, Sir. Ach, verdammt. Verfluchtes Land. Verfluchtes Schande. Verfluchtes Schande. Verfluchtes Schande. Verfluchtes Schande. Verfluchtes Schande. Verfluchtes Schande.